So, hallo zusammen. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, ich bin auf YouTube nicht mehr live. Die Grüße gehen schon mal raus an Melly auf jeden Fall. Wir spielen Mario Kart. Wir gucken gerade dem Kili hier zu, der auch im Twitch-Head drin ist. Also, wer Bock hat, Mario Kart mitzuspielen oder zuzugucken, einfach auf den Twitch-Kanal gehen. Ich habe meinen Namen auch geändert. Ist genauso, wie er jetzt da oben auch steht. Nämlich nicht mehr Family Hacks, sondern Kart 86. Die 86, klar, wegen meinem Geburtsdatum. Und in dem Sinne, wer Bock hat, einfach auf den Twitch vorbeischauen. Da heiße ich dann auch Kart 86. Also Kart 8-6. Und Melly, bis gleich. Und in dem Sinne, haut rein.